Der Peter ist auch englisch da von dir, glaube ich. Ja, das ist mit meiner Nachbarn Schul gegangen. Okay, oder Sport, aber ich will den einschätzen. Warum habt ihr beide den Skin? Weil wir die Skinningsten sind. Ist das Battle Pass, oder ist das extra gekauft? Battle Pass. Ja. Das ist der schönste. Da schießen die Leute durch den, oder? Ja, das hängt ja gar nicht. Nein, nicht da. Immer da, ja. Was ist denn das da? Ah, ja. War die aufgeklärt, oder was? Tschöööö. Lauter. Da ist noch mehr da dran. Wollen wir in China? Nein, ich reißer. Es lag, es lag, es lag, es lag, es lag, Furgas. Ah, schon wieder. Aber das ist am Anfang so. Oh, Herr Kühnner da. Das ist wieder die Billigst-Server. Ich sehe sie das. Oh, das sind ja überall welche. Warmt. Ihr squadmates back on station. Good work. Enemy UAV overhead. Good kill. Marking the rest of that squad on your attack map. Get hunting. Es gibt's, er hat er kriegt Instant Heat. Firebreak. Frag out. Er ist ja. Er ist ja. Der Wach muss rüber. Die zwei sollen hinter uns da. Oh ja, Atme. Ok. Der Wach kann hinter dem Schuss. ist er dreck ja da ist der woffen war dreck was war es bei dir, Hammer da kommt er das gibt es ja nicht, das bringt gar nichts zusammen die Runde das ist immer so auf die Felsen gewesen da ist noch einer oberhalb danke es ist wahrscheinlich ein Gebäude da drin konzentrieren konzentrier dich der ist abgehört ab, sorry muss man kurz schauen warum ich spiel so leise ist oder was denn jetzt los da ist alles amt statt für die Peter ja also Matthias, muss man sagen das mit deinem Edel Tuning wenn du gesagt hast du wartet ein bisschen ab bevor ich das selber übernimmst scheiter da ist uns Wasserkopf glaube ich äh da schwimmt er was haben die da für Buschgewehr eigentlich ja da ist ein Schwachsinn ja wir sind zwei beide im Wasser im Raum ah links von uns kommt er da ist der selbe Kopf da ja da vorne rein da da sind Heli einsteig da sind Heli einsteig da ist ein Haufen da oben so ein Haufen Leute da oben am Bergau da ist schon da oben rein ich habe gehört es schlecht dass der Razorback aufkommt was es gibt EU-Welt die ganze Zeit oben am Dachbächer da ist was da ist es ja wir haben jetzt schießen und trifft mit der aber nichts das ist ein Scheige da wurde der da oben liegen oh der kommt da Patrick also du bist da hinten da zuhause schon so aus dem Häusl drei nein ich bin da der W-Station ich habe die W-Normal jetzt hänge ich bei dem Auto ich kriege einen Auszug ich bin fertig ich bin fertig nice ich hätte gedacht wenn ich jetzt einsteige sind wir mit dir runter fahren oder ja danke ich bin dann der Leichenschlepper ha Leichenschlepper nicht dran filmen ja der Leichenschlepper jetzt neu noch in 4k 2k 0k 0k jägel Das ist der Fall für die... ...dass wir nicht sehen. Dann haben wir den Schumpen zu töten. Das ist unser Schumpen auch. Okay. Ich bin in Ordnung. Das ist doch nicht so, dass wir da sein. Aber hier haben wir. Alex? Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Ein feindlicher Trupp ist hinter euch her. Oh, die sind schon näher anscheinend. Kann man schon her zu dir machen. Super. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Da wird die in eine andere Richtung. Kann man uns zu der Links sind das? Ja. Oder direkt neben dir schon. Ja. Ist doch häufig. Ist irgendwo neben mir. Ja. Ja. Unter mir. Jetzt ist wieder auf die Haut. Ja, ist ja nicht stehen. Da ist irgendwo. Unter mir. Da ist irgendwo. Ja. Da glaube ich rein. Ja. Kann ich mir schauen. Direkt unter uns, ja. Zu zweit eine, und lass. Alter, hab ich den eigentlich gesehen, eigentlich. Ja, der ist schon da, irgendwo. Aber, bei irgendeinem doch. Ja. Puh. Ich glaube, ich habe ihn nicht verlebt. Oh, ich war Arzt, ja. Und, wo wird es noch weiter? Sein Freund, irgendwo weiß ich nicht, wo der ist. Er ist gespawnt wieder. Wir gehen abbluten im Stegenhaus. Da hat nicht viel. Da liegt was. Das Team hat die Sicherheitszone betreten. Dein Kurs geschieht, ist das gut? Nein. Nein? Auto unter uns, beim Schaub. Ja. Ja. Das war der Topfarm. Ja. Kaffee Leifung. Das ist nicht mehr von ihm. Ja. Das ist nicht mehr von ihm. Das ist ein Kursaster. Ja. Das war für ihn. Wir haben keine Leifung. Nein. Das ist ein Kuss. Ja. Ja. Das ist kaputt. Das ist kaputt. Direkt doch die Leichen auf das Kart. Krasser Tip. Ja. Hm. Ausrüstung Spezialraum ist unterwegs. Ja. Kannst du immer drüben kaufen? Kannst du auch mal da? Was? Da sind wir mit dem Schock Verbündete Vorratstation eingesetzt Lass sie auf mir landen Der Feind nähert sich Feind nähert sich Der Gegner? Oh ja, da ist er Oh Scheiße Erbündete Vorratstation 3 1 Der ist an Direkt gegenüber das Haus der Seiten Anner Scheint ist er nade Bist du echt eine? Der fliegt noch Der ist nicht überall geplantet Jetzt kann ich mal Tone kaufen 1 1 volle Aufklärung an Ja, mit Lecker Verstanden Tone ist im Einsatz Aufklärung online Ich würde dafür finden gehen Oder kaufen Die Fahrzeugen sind ganz gut überrascht Ah, mal weg Ist leid weggekommt Wo ist denn der Pro hin, oder? Achtung Achtung Krone verlässt das Einsatzgebiet Ich würde gerne zwischen den Schuhpott haben Scheint schon Da hinten ist Blockteller Ach, schon ganz weit weg Kann man nur halt ohne kaufen Kann man nur halt ohne kaufen Dann haben wir uns wieder umgekommen Wir warten auf dem Dach einfach Für unsere Lieferung, sonst war Schaut ob ich sowas nacken kann Ab ist er raus und weg Schaut mal weg Eine Kamera 1 1 volle Aufklärung an Ok Verstanden Tone ist im Einsatz Aufklärung online Schauen wir mal zur Burg rüber Oder schauen, dass wir hinten abfahren Bei der Lieferung Äh Bis gleich zu dir, bis das Haus am besten raufkommt 5 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 Es ist in der Sicherheitszone Ah, noch muss doch noch irgendwas sein Schaut, ist ja direkt unter uns Ja, ist ja direkt unter uns, umso rauf einfach Ganz rechts hinten Ja, rechts hinten, direkt Da ist noch ein Schuss drufen Vielleicht nur das Zentral Ah, ey, hat's Da haben wir die Firma da geliehen, doch geschüpft Ja, genau beim Schraub Nein, er ist im Haus, oder? Unterwegs Sie haben mich! Da ist die Ah, pickt er mir! Oh, das ist noch heiß Ah! Er hat lieber gesnappt Er hat ein zweites Problem Ja, ich kann Ja, ich kann Ja, ich kann Ja, ich kann Mal schauen, ob ich da Ich kann Mal schauen, ob ich da snappen kann Oh, ich schaue Kannst du das schocken? Ja Nur noch 25 übrig Weiter so Und dort Bist du noch Störmine, oder? Er hat Die Sanchu weg, Bro, oder? Ja Ich will wieder was besser Spät habe ich schon seit nicht so viel flutet Wie gerade jetzt Was flutet? So spät habe ich noch nie fast so viel flutet Wie gerade jetzt Ja Gasmaske Das Labyrinth haben wir Ich bin wieder im Feuerdepartement oben klar So, Medic Wester brauche ich lieber nicht Du brauchst kaum Belebung Du brauchst kaum Belebung Keine Ahnung was ich brauch Ach, die Hauder sind nicht nach Team Hey, jetzt braucht Auch wenn die Luftflöcke jetzt in Pfeife hat Du selbst trocken die Nacht Und da… Pfff Rätsel Und da Bist du L250 Denkst du gerade Ja Entw puls? Gef Federation ist inashaan Wir haben verdraucht, dass die da rauf gehen werden. Das Gas breitet sich aus. Aufs 10 Transparen im Häusern kommen wir uns noch. Ja, sind noch gekopft. Wasser. Wir sind auf der Drohne. Drohne kaufen. Das heißt schon, dass wir uns auf dem Heli hopfen. Ich hab das selbst verwerfen für dich, gell? Ganz hinten. Wir wollen jetzt zwei. Wir haben einen Snap links hinten. Der bleibt rundherum. Das ist klar im Wasser. Im Wasser. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Genau, ich bin da. Ich bin da, ich bin da. Abgebiet. War nichts. War nichts. Wir haben schon, wir haben das. Ich bin unaktiv. Ah, da hinten. Wir haben da hinten. Wir haben das. Wir haben das abgekriegt. Na, da war das Able. Wörserbeschuss unterwegs. Wir halten in der Nähe. Verstanden. Wörperschlag unterwegs. Jetzt hinten. Ah, sicher nicht. Schrauben weg. Also nur bis oben. Ah, da weiter. Was hast du jetzt geschafft? Über den Labyrinth gehen wir. Ah, da hab ich den nochmal drauf und der geht dann einmal mit down. Labyrinth? Ja, 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 okay. Labyrinth? Befüllen wir den Gebiet. Tanksteller, Wacht, gut. Loch 10 übrig, weiter so. Tanksteller ist fast da drin. So, ist ja, down. Ah, pass auf, da drin. Ja. Ich hab ihn doch um. Nein, nicht. Oben am Haus war noch mehr. Fällig sein. Ja. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Ingelandert. Hint uns. Nur einer. Da ist noch ein weiterer Ding. Da ist dann doch oben von drüben, blöde. Hast du da auch? Da vorne, da vorne, da vorne. Hint uns. Hopp. Hint uns. 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 Hint uns w Tim. Hint uns. Hint er bis dahin. Hoodie erschא sini. Die Wacht. Ich kenne die Wacht. Piech. Ist doch... Wir gehen so weg, wir müssen pissen. Absolut. Achte an die drei. Aber jetzt hast du gleich einen Schaden. Ja. Ich habe es auch weh. Ich mache Gas, der dritte im Wasser. Ja. Wahrscheinlich haben wir das richtig bedient das mal. Mhm. Ja. Ja. Hey, guck mal. Ja. Das war alles. Was ist die Toiletten? Ich weiß nicht, was ich nicht? Ich hab mal dich. Ich hab 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 dich. Und zwar ist er in die Lücken. Ach jetzt, da drüben. Ah fuck, geht er da, sniped hin. Äh, ich warte mit'n Sniper, so fast dass du mich gelockst. Das kommt, glaube ich, auch. Scheiße. Ja, ich bin unzingelt gewesen. Das ist nicht gut. Ich war immer erst nicht da. Nein, ich bin unzingelt gewesen. Ich muss uns sofort sandwichen. Ja. Du bist nur bei der Tankstelle, da geht's auch ein bisschen. Oh, ey, da. Hast du das wohl auch nicht so? Hast du so gelapt? Ne. Ich hätte es nie überlehmt dürfen. Aber... Du bist anscheinend noch drüben. Und die zweite ist der... ... 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